11 Tipps zum Speed Leveln in Diablo 4, so kommt ihr super schnell aufs höchste Level. Bleibt dafür unbedingt dran. Liebe Leute, mein Name ist Fragnath, hier dreht sich alles rund um Gaming. Ich würde mich freuen, euch hier dauerhaft zu begrüßen. Ja, und ich bin jetzt Level 50, habe ja schon einiges durchgezogen, habe die ersten Paragon-Punkte gefarmt und bin schon relativ weit, habe die Story natürlich durchgemacht. Und vorab, Speed Leveln ist nicht für jeden was, deswegen möchte ich, bevor wir loslegen überhaupt, erstmal euch so ein bisschen die Möglichkeit geben, euch selbst eine Kategorie zu geben. Was für eine Art von Spieler seid ihr selbst? Wo würdet ihr euch persönlich einordnen? Ich habe dafür drei Vorschläge. Erstens, effizienter Farmer, ihr geht wirklich immer aufs Ganze, wollt sofort durchgrinden für diverse Stunden und schreibt auch nicht davor, mal Farmstop-Spots abzugrinden. Zweitens, Story-Genießer und Immersionsfans, für euch ist es wichtig, die Geschichte kennenzulernen und einfach ganz entspannt Diablo 4 zu spielen. Und drittens, ja, Genuss und Effizienz gemischt. Ihr wollt die Geschichte mitkriegen, legt aber trotzdem Wert darauf, dass das Ganze schnell geht. Dieser Guide richtet sich vor allem an letztere und erstere, also effiziente Farmer und die gemischten Typen. Für Genießer, da würde ich einfach nur sagen, ja, spielt halt das Spiel, ist ja eh egal, ob ihr jetzt schnell levelt oder nicht. Und fangen wir an mit Tipp Nummer 1. Erstens, die Weltstufe. Super wichtig, da eine fundierte Entscheidung zu treffen. Meine Empfehlung, bis Level 20, Weltstufe 2, ihr kommt gut durch, kriegt ein bisschen mehr LP. Ab Stufe 20, 21, Weltstufe 1, weil die Gegner einfach deutlich schneller fallen. Irgendwann wird eure Killspeed gerade so ab Level 40 extrem niedrig sein, wenn ihr nicht wirklich extrem optimiert seid. Also, das war für mich ein absoluter Gamechanger. Ich war so in 12, 13 Stunden dann auf Level 50, habe aber auch nicht extremst durchgezogen, sondern würde mich eher als Mix-Typ bezeichnen in diesem Fall. Tipp Nummer 2. Wählt euch den besten Build für eure Klasse und im Idealfall auch eine beste Klasse fürs Leveln. Ich habe den Chain Lightning Sock gespielt. Ein Zauberer mit Kettenblitz hat super geknappt. Bones Bear Necro soll auch super sein. Twisting Blades Rogue und Firewall Sock. Alle anderen Klassen, vor allem natürlich der Druide und der Barb, sind im Leveln nicht so stark dafür später. Eignet sich also eher als Twink und als Main Character ein der drei Speedrunner. Wenn ihr in der Gruppe spielt, könnt ihr so ein bisschen mitgezogen werden. Aber auf jeden Fall klare Empfehlung, hier mal auf MaxrollGG vorbeizuschauen, sich die Tierlist anzugucken. Ja und hier gibt es dann eine Tierlist zum Beispiel eben zum Leveln und da habe ich mir dann eben den Chain Lightning Sock ausgesucht. Klappt wunderbar, hat echt reingehauen und super viel Spaß gemacht. Für Tipp Nummer drei müsst ihr auch wissen, welche Items ihr braucht oder welche Aspekte, die ihr braucht. Bei mir war das zum Beispiel hier der Kettenblitz, dass der dann Mana gibt. Ich habe mir also rausgesucht, wo gibt es diesen Recharging Resource Aspects. Der Dungeon heißt Zenith. Google einfach mal D4 Map und dann finde ich auch schon eine. Ja dann lasst ihr euch alle Dungeons anzeigen oder wisst eben, wo eurer ist. Der eine hier heißt Zenith. Das klappt jetzt hier auf dieser D4 interaktiven Map nicht. Die, die ich benutzt habe, ist gerade Down wegen Überlastung. Das heißt, ihr müsst jetzt mal kurz vielleicht manuell raussuchen. Den Dungeon markiert ihr euch dann auf der Karte und dann macht ihr den. Dann gibt es den Aspekt und den packt ihr dann in einen eurer Ringe oder Amulett. Im Zweifelsfall auch Handschuhe. Nicht auf die Waffe, weil ihr die ziemlich häufig ersetzen werdet. Ja und seit Level 14 habe ich hier diesen Ring drin. Passt auch noch. Ich werde den jetzt demnächst mal ein bisschen aufwerten. Falls ihr übrigens noch Mitglieder bzw. Mitspieler sucht, es gibt einen Clan von mir. Der heißt die Zillatala, also der heißt Zillatala Haderlumpen und hat das Kürzel FN wie Fragnath. Da sind wir schon einige drin auf jeden Fall. Ihr findet sicherlich Leute zum Zocken. Hat erst gerade jemand was in den Clan-Chat geschrieben. Ja wann macht ihr diesen ersten Dungeon? Ich würde sagen so Level 13 bis 16. Dann geht ihr hier zum Okkultisten und schmiedet das in euer Equipment ein. Wichtig, ihr braucht 6 Trübe Kristalle. Deswegen klappt das meistens auch erst so ab Level 14 zuverlässig 15. Weil ihr dann die gelben Items bekommt, die ihr platt machen könnt beim Schmied. Um dann eben euer gelbes oder anderes legendäres Item im Schmuckbereich damit auszustatten. Da bitte drauf achten. Tipp Nummer 4. Die Story Rushen. Und das richtet sich vor allem an die Leute, die es gar nicht genießen. Einfach jede Cutscene skippen ist ein Tipp, der extrem effizient macht. Es sind Stunden und Stunden an Cutscenes. Cutscenes. Alleine in den letzten 3 Spielstunden hatte ich glaube ich 1 Stunde Dialoge und Cutscenes. Weil ich die dann einmal mir überlegt habe aufzunehmen für meinen zweiten Kanal Nahtfrag. Da könnt ihr euch das Ende dann angucken. Deswegen auch meine Empfehlung. Schaut euch das Ende an im Video und skippt die Dialoge. Das heißt ihr könnt es erleben, aber zockt gleichzeitig weiter. Das ist der effizienteste Weg. Ich kann mir vorstellen, da das auch ziemlich cool ist und die Cutscenes mega gut sind. Meiner Meinung nach, dass das viele nicht wollen. Das ist aber mit einer der besten Tipps, um noch schneller zu leveln. Der nächste Tipp lautet Story Rushen. In Verbindung mit Cutscenes skippen ist das ein super Tipp. Denn tatsächlich wollt ihr so schnell wie es geht das Reitier bekommen. Wie kriegt ihr das Reitier? Ihr müsst den dritten Akt abschließen. Ihr kriegt am Anfang hier so gelbe Quests. Drei Stück. Die macht ihr dann alle durch in den Gebieten. Und dann geht es zurück nach Kyowashad für Akt 4. Und hier bei Oskar, dem Stallmeister, gibt es dann eine Quest. Da bekommt ihr dann euer Mount. Das ist keine Main Quest, aber so eine wichtige Quest. Quasi so ein Point of Interest wird dann hier schon markiert. Das fällt schon auf. Und da kriegt ihr das dann. Und je schneller ihr da durch seid, umso schneller habt ihr einen Mount. Und das macht euch schneller und effizienter. Ist also eine super Skalierungsmöglichkeit, um noch schneller aufzusteigen. Tipp Nummer 6. Die angepinnten Welt-Events. Manchmal passiert es, dass ihr so ein Pin auf die Karte kriegt. Und euer Interesse dahin auch gelockt wird. Denn dieser Pin ist relativ auffällig. Das poppt dann so auf. Und der fliegt quasi aus eurem Map-Ausschnitt dahin, wo ihr dann hin müsst. Habe ich gerade nicht. Deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Sieht aber einfach aus wie so ein Pin. Wie so ein Pin-Nadel von einer Pin-Wand. Und das solltet ihr schon immer machen. Das sind richtig gute World-Events, die viel EP geben. Lohnt sich auf jeden Fall. Und so normale rote Welt-Events, sage ich mal, die solltet ihr natürlich auch machen. Das ist ja ein interessanter Gegner. Hier ist der verbuggt. Macht halt gar nichts. Kriegt aber auch so gut wie keinen Schaden. Perfekt eigentlich. Ah, jetzt kommt er da raus. Der Alde. Naja, diese roten Events mit dem roten Rahmen, die sind auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr zu empfehlen, dass ihr das Ganze macht. Und damit kommt ihr dann auch extrem gut voran. Also auch immer nach roten Kreisen Ausschau halten. Das lohnt sich eigentlich immer. Plus gibt nochmal hier ein bisschen was für Kadala. Beziehungsweise unsere ehemalige Lieblings-Kadala aus D3. Tipp Nummer 7 ist sehr, sehr traurig, aber skippt alle Nebenquests. Sie sind absolut leicht vergütet, was Erfahrung angeht. Die geben euch eigentlich nur ein paar Matts, um dann eben Tränke herzustellen. Ansonsten nix. Nehmt die trotzdem an, vor allem für die Gebiete, wo ihr unterwegs seid. Weil manchmal macht ihr die zufällig gleichzeitig. Das ist natürlich okay und sogar gewünscht. Aber gezielt würde ich die nicht empfehlen, um Erfahrung zu farmen. Denn das ist eher so ein kleiner Bonus oder Bonus. Bonus sagt, glaube ich, keiner. Deswegen weiter mit Tipp Nummer 8. Ich habe euch ja eben schon meinen Clan empfohlen und den empfehle ich euch auch gerne nochmal. Denn das wichtigste überhaupt Gruppenspiel. In der Gruppe, da erhaltet ihr mehr Erfahrungspunkte. Und zwar ziemlich viel. 10 Prozent. Wenn andere Randoms um euch rum sind, 5 Prozent. Wenn ihr mit Leuten in der Gruppe seid, 10 Prozent. Das ist extrem viel und sehr zu empfehlen. Deswegen das unbedingt machen. Wenn es irgendwie geht, mit mindestens einer Person zusammenzocken. Macht auch viel mehr Spaß. Dann könnt ihr auch solche coolen roten Events, wie ich eben besagte, immer gut zusammen abfarmen. Punkt Nummer 9. Immer, immer Tränke reinpfeifen, sobald ihr irgendwas macht, wo ihr Mops killt. Ich war gerade nur am Video erklären. Deswegen bin ich nicht am Grinden. Aber ansonsten sollte immer irgendein Trank aktiv sein. Natürlich am besten einer, der euch was bringt. Aber wegen 5 Prozent mehr EP. Das skaliert natürlich wunderbar. Wenn ihr das über Stunden und Stunden aktiv habt. Da macht das dann schon mal ein, zwei Level aus. Und das ist sehr zu empfehlen. Plus ihr habt natürlich noch andere Boni da drauf. Die könnt ihr natürlich in der Stadt craften. Gibt ja eh eine Quest dafür. Ist ja hier das Symbol mit dem Mörser. Das unbedingt machen. Tipp Nummer 10 bezieht sich auf das Aufwerten und Verbessern. Während ihr euren Ring, wie ich zum Beispiel mit einem guten verzauberten Perk, dann im Zweifelsfall über 30 Level einfach behaltet und es kaum juckt. Es ist doch zu empfehlen, die Waffen irgendwie so gut wie es nur geht zu halten. Ja und dafür wollt ihr natürlich hier beim Schmied die Waffen auch mal aufwerten. Auf eine Stufe meinetwegen 2 oder 3. Damit macht deutlich mehr Schaden. Die Prozente steigen. Der Grundschaden steigt. Das skaliert halt wunderbar. Ich glaube der Stab hier hatte vorher 850 DPS oder so. Und jetzt ist er auf fast 1000. Das ist also schon mal eine gute Sache. Die vierte Aufwertung mache ich jetzt noch nicht. Weil ich noch nicht ganz so viele Legis hinterhergeworfen bekommen habe. Weil ich ja erst frisch 50 bin. Relativ frisch. So ein, zwei Stunden. Ja und in diesem Sinne haltet die Up-to-Date die Waffen immer richtig schön aufwerten. Gut in Schuss halten. Da darf dann auch mal investiert werden, während die Rüstung eher egal ist. Aber Killspeed ist alles und das skaliert mit am besten mit der Waffe. Natürlich am allerbesten mit legendären Eigenschaften. Das hatten wir ja schon vorher besprochen. Die sind natürlich ein absoluter Spielveränderer. Gerade Schadensmultiplikatoren wie mehr Schaden bei Barriere. Mehr Schaden einer Kernfähigkeit nach Basisfähigkeiten. Mehr Schaden bei eingefrorenen Gegnern. Das macht dann schon echt Spaß. Und dann skaliert das auch richtig wunderbar mit passenden Cooldowns. Und es ist einfach genau das Diablo-Feeling, was ich mir wünsche. Was einfach Synergie-Effekte ausschöpft. Und total Bock macht, Builds zu bauen, auszuprobieren. Und ja, neue Items zu farmen. Ja, viele von euch sind ja Fans von Stronghold Crusader. Und natürlich geht es hier auch um Strongholds. Das ist das Symbol da oben. Dieses Rote. Da gibt es noch ein paar von. Aber die lohnen sich auch extrem. Eins ist zum Beispiel hier auf der Karte. In Kyivashad. Habe ich in der Demo schon gemacht. Sehr zu empfehlen. So ab Level 20, 23 kann man da gut vorbeischauen. Auch hier ist zum Beispiel ein wunderbares Stronghold, was echt Spaß macht. Und die sind richtig cool. Teilweise gibt es aus diesen Strongholds heraus. Dann angepinnte World Events. Bei denen auch wieder so Lagerfeuer spawnen. Und an diesen Lagerfeuern könnt ihr bis zu 15 mal stacken, dass ihr EP bekommt. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Hier seht ihr diesen Lagerfeuer-Buff. Ihr erhaltet erhöhte Erfahrungen beim Killen. Super gut. Und das gibt es halt eben bei diesen Events dann. Wie gesagt, extrem nützliche Kiste. Fassen wir nochmal die wichtigsten Eckpunkte zusammen. Für die ganz kranken Cutscenes skippen. Ich mache da keinen Hehl raus, dass ich das gelegentlich mal mache. Weil es mir vor allem ums Gameplay geht. Das Allerwichtigste ist natürlich die Main-Story zu ballern und alle Events mitzunehmen. Alle roten Events, die aufpoppen. Und vor allem die angepinnten Events und die Strongholds zu machen. Ihr wollt natürlich den perfekten Build spielen, um den meisten Schaden zu machen. Denn daran könnt ihr am meisten eigentlich verändern. Das seid ihr direkt. Ihr skaliert rein. Und seid dann natürlich der beste Hebel für ein schnelles Wachstum eures Charakters. Gruppenspiel ist essentiell. Und ihr solltet immer Tränke drin haben. Das ist natürlich auch legendär. Und legendär auch wie diese Schreine. Ich finde die irgendwie zu kurz. Aber die sind halt auch super strong. Der Hort der grenzlosen Harmonie. Auch sehr genial mit der Sorg, die einen extrem hohen Verbrauch hat. Natürlich von ihrem Mana oder meinem Mana hier. Das Spiel macht halt so Bock. Ich habe schon einiges an Bugs gehabt, muss ich sagen. Zum Beispiel zwischendurch. In der Gruppe, in der wir gespielt haben, hatten einige dann nicht mehr die Möglichkeit zu casten. Nicht mehr in die Stadt zu gehen. Das konnte man teils fixen durch entweder Dialoge mit NPCs, teilweise Schnellreise über die Map oder gehen zu einem Schnellreisepunkt und dann schnell reisen. Absurd. Wir konnten nichts casten. Teils sah so aus, als würden wir reiten. Sind aber nicht geritten. Also auch wieder ein richtig schöner Bug. Hier die Keller sind übrigens auch nicht so zu empfehlen. Außer für Materialien, um eure Tränke aufzuwerten. Die normalen Heiltränke. Dafür sind die auch noch ganz cool. Ich werde jetzt wieder reingrinden. Ich werde jetzt wieder suchten. Ich muss sagen, gerade bin ich so krass im Hype. Ich bin aufgewacht und habe gedacht, boah, ist das cool. Ich spiele gleich wieder Diablo. Dabei habe ich gestern schon 16 Stunden Diablo gespielt. Waren es 16? Es waren 16, fast 17 Stunden. Crazy. Also das ist lange her, dass ich mal so Bock hatte zu suchten. Ich denke mal bei euch auch. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim weiterspielen. Ich halte euch nicht länger auf. Macht's gut. Euer Tut. Und natürlich gerne hier die Glocke aktivieren für mehr Diablo-Content. Ich halte euch da gerne auf dem Laufenden. Ciao. Er braucht keinen Spell. Er ist heiß, nur wie die Knie. Wir tönen auf Plätze erst und jagen und zieren. Willi hat es kalt, wie der Winter ist geliebt. Er will ja den Fähr, doch er hat sie nicht. Er braucht keinen Spell. Er ist heiß, nur wie die Knie. Wir tönen auf Plätze erst und jagen und zieren.